WDR mediagroup GmbH 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 Wir haben Besuch. Scheiße. Achtung. Scheiße. Ärger. Aufrein. Aufstellung. In Position. Türladung und Räumen. Bringe Türladung an. Achtung! Ich bin Karl! Sir. Zurück zu mir. Jawohl. Folge. Ich bin Karl. Idiot, Sie haben ihm den Code gegeben. Sprechen Sie leise, Doktor. Ich telefoniere. Oder was? Wollen Sie mich eine Sekunde vorher füllen, als Sie es eh vorhaben? Sie erfassen. Erste Priorität. Brauch doch ab. Schaltet ihn als zweites. Dr. Smythe, es gibt Schlimmeres als zu sterben. Igor, zeig Sie ihn. Aufstellung. Ja. In Position. Öffnen und säubern. Okay. Greifer erkannt. Gefahr erledigt. Greifer, einer weniger. Kontakt ist weg. Was ist hier los? Wir wissen von dem Mikropuls. Sie bauen hier Prototypen der Bombe. Und nun, dank Dr. Williams, haben Sie ein paar programmierbare Sprengköpfe. Was hätte ich tun sollen? Rückgrat zeigen. Sie haben Ihnen wiederverwendbare Sprengköpfe verschafft. Ich erkläre es Ihnen. Es ist eine Waffe, die verschiedene Ziele anflegt und mit wiederholten Mikropulsen angreift. In der Anlage wurde eine Langstreckenrakete für einen Testlauf in der Wüste vorbereitet. Und jetzt, dank Ihnen, haben die Terroristen die anderen Prototypen. Irena ist im Kontrollraum und wird die Rakete auf Vegas abschießen. Versuchen Sie sich nicht zu töten. Wir stoppen Irena. Logan, ich habe gerade eine Übertragung aus der Anlage abgefangen. Das solltest du dir anhören. Wir haben den Kontrollstand gesichert, Sir. Die Rakete ist bereit für den Start. Die Militärkoordinaten ein. Vegas wird ein hervorragendes Beispiel für unsere Entschlossenheit sein. Verstanden, Sir. Irena out. Es gibt also einen Hintermann. Dazu kommen wir später. Im Moment müsste er zuerst in diesen Kontrollstand kommen. Lass Irena nicht entkommen, Logan. Ding hat dir, was sie angeht, voller Handlungsfreiheit zugesichert. Wurde auch verdammt nochmal Zeit. Stimmt. Aber du musst ihre Möglichkeiten einschränken. Es gibt einen Wartungscomputer bei der Tür, wenn ihr den Raum erreicht. Jung kann die Aufzugtüren steuern und Irena im Kontrollstand festsetzen. Andernfalls kann sie euch ruhig stellen. Verstanden. Logan out. Hierher. Hinter dir. Hinter dir. Untertitelung. Nur zurückschießen. Alles wasser. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung. In Position. Blenden und säubern. Blenden und säubern. Alles klar. Spezialeinheiten. Gegner ruhig gefehlt. Tango neutralisiert. Spezialeinheiten. Eine wenige. Spezialeinheiten. Sauber. Komm zu mir. Wir sind bei dir. Schöneinheiten. Was ist das? Öffnen und säubern. Tja. Kontakt, Teil vor der Kanz, Gefahr gebannt. Beige, lasse nicht! Lass ihn ab! Gutes Fuß! Scheiße, ich war sicher. Flick ihn zusammen! Roger. Scheiße, Mann, nichts. Der Verband soll sie halten. Geht schon, geht schon. In Position. Scheiße, ich war sicher. Neu formieren. Wird gemacht. Geht schon, was ich? Geht schon. Geht schon. Stil! Im Eilschritt, setze mich in Bewegung. Im Eilschritt, setze mich in Bewegung. Im Eilschritt, setze mich in Bewegung. Was? Die haben uns festgenagelt. Er will sich einfach. Ich bin... Du bist okay. Hoch jetzt. So viel besser, danke. Wir sind bei dir. Geht's wieder? Verflucht, das tut weh. Beeilung. Bestellsicht. In Position. Geht's wieder, Deckung. Geht's wieder, Deckung. Gezwindender Beschuss. Zeit zu sterben. Lade nach. Ich brauche Hilfe. Beeilung. Start. Kontakt, Tango. Die Gegner eliminiert. In Position. In Position. Das war's. Kommt zusammen. Schon dabei. Folge. Ziel erfassen. Erste Priorität. Verstanden. Aufwärm. Aufstellung. Magazin wechsel. In Position. Öffnen und Zeitung. Okay. Kontakt ausgeteilt. Ich glaube, wir fliegen Gesellschaft. Wir haben es nicht. Elvis! Hier ist nichts. Nichts gefunden. Hierher. Roger. Neu formieren. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung. In Position. Öffnen und säubern. Wird gemacht. Greife an. Aufgerät. Kontakt verloren Aufreihen Aufstellung In Position Öffnen und säubern Schon dabei Sir Neuformieren Positiv Wir folgen Treffer Einer weniger Im Eilschritt Mitvergnügen In Position Bewego Roger Contact Tango In Position Los 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 Sir In Position Bewego Amon In Position Vereilung Bestätigt In Position Hinter dir Aufs Eindringen Vorbereiten Aufstellung Öffnen und säubern Ok Bewego 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 Rücken ab In Position In Position Da ist er Jung Kein Einsatz Der Schall Aber ich brauche Rückenbeckungs Nicht richtig Ich sag dir Was war das Du bist im Dropper Scheiße Greifer Einer weniger Verdammt Pass doch auf Erwischt Greifer An Kontakt Tangos Seht noch jemand Wind Ich sag dir War das Scheiße Tango Am Boden Greifer An Bedrohung Neutralisiert War das Tor Sch 미 Erw wack Erw aqui Erw岩 Der Ich sag dir. Verschmucht! War das? Scheiße! Steh! Ach. Was ist das? Ich sag dir. War das? Scheiße! Das ist einfach zu hacken, aber ich kann die Türen nur von hier unten öffnen und schließen. Ihr müsst den Feind ohne mich angreifen. Verstanden. Mike bleibt bei Jung. Ich hebe euch ein bisschen von dem Spaß auf. Ich sehe dich! Ich bin beeindruckt! Ihr habt uns eingesperrt, Logan. Aber zu spät! Die Rakete haltet ihr nicht mehr auf. Ich gehe zur kugelsicheren Tür. Öffne sie auf mein Zeichen. Und dann bewegen du und Michael eure Er... Ich bin ja, der war nicht mehr auf. Bis zum nächsten Mal. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020